Es ist auch fast ein Jahr vorbeigegangen und da bin ich auch richtig stolz darauf, dass ich eine Runde Survival Games, mit dabei ist hier der Skillplay, hey Leute und damit willkommen zu einer kleinen cool, ähm, kleinen Survival Games Runde, ich wollte schon mal wieder cooles gesagt, mit dabei ist hier der Stachel, und deswegen frage ich euch nach Vorschläge, was ihr als 1000 Abospecial haben wollt. Oh, wenn er mich kaputt macht, dann bitte bang ihn, bang ihn einfach. Ja, was sagt man, fertig, ich will's mit Scream. Hey Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Abogames, mit dabei ist hier der Kremli. Ich kann es einfach nicht beschreiben, ich zeig's euch am besten mal. Hey Leute und damit willkommen zu einer kleinen Runde Abogames, mit dabei ist hier der Jew und... Viele von euch haben doch sicherlich bemerkt, dass ich keine Videos mehr auf dem Kanal habe. Knall das Handy gegen die Wand, Alter, ich knall das Handy gegen die Wand, wenn wir die 2000 haben. Nein, Digga, nein, nein, mach das nicht, oh mein Gott! Fuck! Hey Leute, ich wollte mich noch ganz kurz bei euch bedanken. 2015 war einfach ein so unglaubliches Jahr für mich. Und ich hoffe, 2016 wird auch geil. Es kommen so viele neue Sachen auf uns zu, nämlich werde ich auf die Gamescom gehen, kleine Kinder anzünden, und sehr viel Product Placement noch auf den Kanal bringen. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr seid in diesem Jahr auch dabei. Und damit war's das dann auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!